So, und wo steht er jetzt? Entschuldigung, darf ich den mal kurz rausnehmen? Schau mal. Andreas lässt sich feststellen, welcher von den beiden richtig sein. Problem. Ach, guck an. Kannst du dem Fahrer bitte erklären, was das bedeutet? Sehr gern. Hier ist der Silberanteil sehr gering, deswegen verfärbt sich die Testsäure braun. Bei reinem Silber ergibt sich eine rote Verfärbung, sprich Original Fälschung. Da schau ich mich noch mal genauer um. Haben Sie uns vielleicht irgendwas zu sagen? Nein, das war ich nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass wir das Original bei Carstens gefunden haben? Sie wollen mir erzählen, dass hier nicht bekannt ist, dass hier lauter Fälschung rumstehen? Der Mensch sieht nur, was vor ihm steht. Doch Gott sieht in ihr Herzen. Sehr richtig.